Moin Leute, willkommen zu einer weiteren ARC-Talk Folge. Heute habe ich den Onkel Noob mit dabei. Hallo. Servus. Und ich würde sagen, für die, die zum ersten Mal vielleicht reinhören, uns gibt es auch neue Dings auf Spotify als Podcast. Wie die, die gerade auf Spotify hören, das Ganze gibt es auch auf YouTube, auf beiden Plattformen. Und unser heutiges Thema ist der, oder wer sagt, der Community Crunch, hat ja News gebracht zu Genesis 2, einmal zum Mewwing, einem neuen Dino, der iPod-Maschine und sie haben es umgeändert. Heute Morgen hieß es Exosuit, jetzt heißt es Exomec. Das haben sie geändert, die Azis. Das war heute Morgen noch nicht nämlich so. Okay. Das wurde dann eigentlich erst bearbeitet. Aber auf jeden Fall zu den drei News. Wir quatschen da jetzt ein bisschen drüber und ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen so vor der Aufnahme ein bisschen gequatscht über den Mewwing. Ja, der Nanny-Dino. Ich weiß nicht. Also, ich finde ihn gut. Also, ich, der wirklich nicht viel mit der Zucht und so am Hut hat, finde ich ihn wirklich richtig praktisch. Weil mein Tribe-Mate, wie gesagt, der macht gerne mal eine große Zucht. Und wenn du da und da am Rumlaufen bist, von links nach rechts, jedes Tier füttern willst und im Auge behalten willst, ist das recht anstrengend. Und da finde ich den schon ganz cool, dass du damit, wie gesagt, dieses Tier hast, was dir das erleichtert oder sogar abnimmt. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich sag mal so, es gibt ja zwei Sachen, die mir einfallen würden. Wir können mal ganz kurz zum Ablauf reden, wie das sein könnte, wie er füttert. Mir würden zwei Varianten einfallen, weil die zweite, die ist mir eben gerade eingefallen, wie ich das Bild sehe. Also, die erste Variante, die wir eben gerade schon angesprochen hatten, war, dass man ihn auf Wandern stellen muss und Baby-Dinos aus seinem Inventar fressen. Wenn das passiert, finde ich es ein bisschen krass, muss ich schon sagen. Das wäre dann schon ein bisschen, boah, dann, weißt du, du tamest die welche, tust die auf Gewicht leveln, packst die voll mit Fleisch und dann kannst du, keine Ahnung, 30 Rechse großziehen. Das zweite, ja, sorry. Er hat ja die Fähigkeit, auch Babys von anderen Tribes zu klauen. Ich denke mal, das wird nur im PvP möglich sein. Im PvE wäre das ziemlich assi, wenn das gehen würde. Und wenn du das Bild siehst, hat er ja auf dem Bild, leider, die jetzt gerade aus Spotify sind, sehen das Bild natürlich nicht, aber man sieht auf dem Bild, dass man sieht drei Körbe, wo kleine Baby-Dinos drin sind. Wahrscheinlich vier, weil den vierten würde man optisch nicht sehen, weil er hinter dem Sattel wäre. Was jetzt auch sein kann, ist, dass diese Körbchen nur zum Klauen sind, aber es könnte auch sein, dass er nur die Dinos füttert, die im Körbchen sind. Weißt du, dass du hingehen musst und musst sagen, ich tue jetzt das Agentaves-Baby in das Körbchen und dann füttert er es erst. Dass er gar nicht sich um alle kümmert, sondern wirklich nur um die, die er trägt. Weil dann wäre natürlich die Sache, entweder ich muss mir ganz viele Mew-Wings holen, dann wäre er auch gar nicht so OP, dann würde er wahrscheinlich nur vier oder fünf Tiere großziehen können gleichzeitig, was ja trotzdem eine Hilfe ist, muss man immer sagen, ist ja trotzdem schon viel. Aber das würde ich fast guter finden. Weißt du, dann wäre es doch zumindest lobig, dann wäre das Baby zumindest bei ihm und nicht einfach, dass er auf Wandern steht und füttert einfach irgendwelche Tiere. Ja, klar, natürlich, ja, ja. Ja, dann wäre, also dann, wie soll ich sagen, dann hat es das Ganze, wäre dann auch ein bisschen begrenzt einfach, ne? Genau. Dass, wie gesagt, gehen wir jetzt davon aus, dass er vier Tiere tragen kann, dass er wirklich nur diese vier eben dann auch füttert, ne? Also in dem Moment versorgt war es auch so gesehen gar nicht mal so unlogisch wäre bei einem Babysitter-Dino. Oder? Würde ich so gesagt, dann kommt gut hin, ja. Dass er die um sich hat. Dann kommt natürlich die andere Frage, welche Tiere kannst du ihm alles ins Körbchen machen? Kannst du jedes Tier reinpacken oder nur bestimmte Tiere? Das stimmt natürlich. Ich meine, ich könnte bei uns Känguru denken. Das Känguru hat ja eine ähnliche Funktion. Dass man ja, wenn man zwei Kängurus hat, menschweiblich, und man tut in ein Baby ins weibliche Känguru in das Körbchen, braucht es ja weniger Nahrung. Ab einer gewissen Größe ploppen Tiere raus. Das heißt, zum Beispiel ein Dyerbeer bleibt ja, glaube ich, bis 60 Prozent, aber zum Beispiel ein Argentavis, glaube ich, schon ab 20 Prozent fliegt er raus. Ich könnte mir vorstellen, sie haben diese Funktion übernommen, dass gewisse Tiere komplett drinne bleiben können und gewisse gar nicht. Ich persönlich würde es dann cool finden, wenn sie schon einen Baby-Sterdino machen, dass sie sagen, jeder Dino bis 10 Prozent. Weißt du? Ja, das, genau, weil auf 10 Prozent flast es ja sowieso auf den Trog. Von daher wäre das ja dann nicht mehr so schlimm, wenn er bei 10 Prozent rausspringt und selbsternährbar ist. Auf jeden Fall. Und du musst überlegen, was ich mir jetzt geil vorstellen würde, weil man sieht ja auf dem Bild, das Ding kann ja ein bisschen fliegen. Also ich würde sagen, dass es in der Luft auf dem Bild ist. Ja, so eine Schwebefunktion. Genau, also die Größe von einem Biber, würde ich ja sagen, hat es ungefähr. Kommt so grob, glaube ich, hin. Cool wäre es, wenn das Ding relativ schnell wäre. Jetzt will ich dir mal, das wäre so ein Erkundungstier und du könntest einfach, zum Beispiel, du scoutest nach neuen Tieren, die du tamen willst, hast aber gerade Baby-Dinos bei dir in der Base. Also nimmst du den Mew-Wing zum Scouten, nimmst die Babys einfach mit, weißt du, so auf Tour. Unterwegs werden sie ja gefüttert, weil der Mew-Wing ist ja dabei. Und du gleitest mit dem über die Map, das würde ich mir auch ganz geil vorstellen. So ein bisschen nimmst du deine Baby-Spit-Off auf die große Jagd. Klar, das wäre natürlich cool, aber dann, muss ich dir aber auch vorstellen, auf einmal hat das eine Baby, hat dann die 10% und flockt dann so in der Luft, flockt das einfach raus und weg. Okay, ja, das ist schon auch geil. Das wäre irgendwie cool. Aber es wäre aber so typisch arg, weißt du. Und am besten genau, wenn du über dem Rex bist oder so. Ja, genau so, der Klassiker. Ja, doch, das könnte ich mir fast schon vorstellen, aber ehrlich gesagt. Aber ich finde auch die Sache schön, dass sie das von dem Schnabeltier abgenommen haben, die Form und auch so, ja, das Ganze ein bisschen. Finishing ist sehr cool. Auf jeden Fall. Das hat schon was, äh... Ja. Das hat noch was ganz Spezielles. Es ist halt mal was, es wird halt hoffentlich eine komplett eigene, äh, komplett eigener Dino, weißt du, nehmen wir jetzt mal als Beispiel den letzt eingefügten Dino mit, äh, die letzt eingefügten Dinos, ähm, beim Tropio zum Beispiel. Der Tropio Knatus ist zwar ein cooler Dino, aber das, die Geräusche und die Flugart ohne Sattel ist einfach, ähm, der Tappeljara. Das hat gleiches Sound und das gleiche Fliegen. Und das ist halt irgendwie schade, weißt du, du baust einen neuen Dino ein und gibst ihm eigentlich das Grundgerüst von dem Alten. Na, ja, klar, ja. Und bei dem hier ist die Sache, ich meine, sie könnten das Laufen vom Biber zum Beispiel nehmen, falsch auch mit dem Schwanz und Bewegen hinten, aber der Biber kann ja schon mal nicht fliegen. Also, zumindest, wir sind mir nicht bewusst, dass er ein Biber fliegen kann. Nee, 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 richtig, richtig. Und, äh, da würde man eine neue Funktion reinnehmen, auch das Gleiten, so, weißt du, wenn er wirklich, weil, klar, er kann nicht abheben, er kann wahrscheinlich nur Gleiten. Ja, höchstwahrscheinlich so wie so diese Flugeischhörnchen, sodass er dann so, ja, so eine, so ein Wingsuit so auch rausfährt, wo er dann ein bisschen sich durch die Luft gleiten kann. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal, das wäre wieder eine neue Funktion, die wir noch nicht haben. Und man muss ja auch überlegen, ähm, ich meine, wir sind nur PvE-Spieler, ja, wir reden ja eher von Züchten und Dinos großziehen und erkunden. Aber auch für PvP-Spieler könnte das Gleiten ganz geil sein, weißt du? So Bacen, die irgendwo sind, kann man vielleicht ganz gut jetzt erreichen, weil du mit deinem Dino reinkleidest, klaust die Babys und, weißt du, kleidst du da weg, gerade auf Crystal zum Beispiel. Und dann kommt natürlich noch eine andere Frage, die ich mir dann stelle, kann er dann auch springen? Müsste er ja, theoretisch, oder? Ne, theoretisch gesehen müsste er dann auch springen können oder zumindest vielleicht, was weiß ich, dass er sogar eine Art klettern kann, das einfach ein bisschen höher kommt, um eben in seinen Gleitmodus reinzukommen. Das ist auf jeden Fall, so ein bisschen was müsste er können. Ja, genau, ja. Man hat ja auch, glaube ich, da stand ja, glaube ich, auch, dass er mit Geräuschen die Babys anlockt, ähm. Weißt du, so, er müsste ein paar Funktionen haben. Die Frage ist auch zum Beispiel, was kann er zerstören? Kann er zum Beispiel Holz zerstören? Ja. Das wäre auch für PvP, glaube ich, ganz interessant, dass du zumindest sagen, komm, du machst ein Loch in der Base von einem Gebäude und dann machst du den Lockruf, die Babys kommen rausgerannt, du nimmst dir ins Körbchen und fliegst weg. Das wäre, ja, ja, ja. Ja, bei PvP, bei PvP sprengst du ja auch mit C4 vieles in die Luft. Ja. Und dann eben, wie gesagt, lässt du ihn eben rufen, dass die Babys vielleicht dann rausgerannt kommen in seine Richtung. Ich sehe es schon kommen, weißt du. Niemand baut zum Beispiel auf einer fliegenden Insel als Beispiel, ja, auf Crystal. Du hast einen Quetz mit Plattform, packst einen Mewwing drauf und fliegst unter die Base und du weißt, er brütet oben Babys. Sprengst ein Loch in die Wand, machst mit dem Mewwing das Folgen und die Babys wollen zum Mewwing, aber da der ja in der Luft ist, weißt du, laufen die von der Plattform runter, also von der fliegenden Insel und fallen ins Wasser runter oder so. Also ich kann mir richtig vorstellen, du kannst ja schon richtig gut Leute mitschollen. So, du hast gerade deine Babys platziert, einer macht das Mewwing, dieses Geräusch, die Babys laufen irgendwo in die Wand. So, ja, ich glaube, der wird schon, ich glaube, der könnte lustig werden. Auf jeden Fall ist der, glaube ich, wie gesagt, ist der Exchange für jeden interessant, ob es jetzt PvE ist oder PvP. Jeder wird da auf jeden Fall am Anfang seinen Spaß damit haben. Auf jeden Fall. Wo ich auch mal gespannt bin, ist, ob er halt züchtbar ist. Aber ich hoffe, also theoretisch müsste ja eine Nanny-Dino, müsste eigentlich auch züchtbar sein. Ich hoffe. Ja, an sich, ja. Ja, klar. Damit du, wie gesagt, du gehst dir zwei holen und dann fehlst du an, die Zucht dazu machen, damit du ein paar mehr hast. Ja, und eine Sache, wo wir noch reden können, bevor wir zum nächsten Thema nämlich gehen, wäre noch das Taming. Weil, wenn du überlegst, die letzten Dinos... Passiv, passiv. Genau, aber wie, weißt du, weil die letzten Tiere, die eingefügt sind, muss man überlegen, die Genesis-Tiere haben alle eine außergewöhnliche Taming-Variante. Bloodstalker mit Blut, Ferox mit, der muss groß werden, Element. Das gab, was kam noch? Du hast, gut, Magma ist Eiklauen, aber das ist immer was anderes. Aber da könnte ich mir dann vielleicht vorstellen, bei dem hier mit befruchteten Eiern. Ja, irgendwie so. Ja, ich glaube, irgendwas schon mit Babys oder mit Eiern oder so müsste man... Ja, ja, ja. Vielleicht kannst du dem irgendwie die Eier in die Körbchen oder so legen oder keine Eier, aber es ist ja irgendwie sowas und dann tamest du ihn irgendwie oder... Ja, du musst ja sagen, die Körbchen hat er ja höchst wahrscheinlich am Nattel dran. Stimmt, stimmt. Das heißt, einen wilden findest du nicht mit Babys wahrscheinlich. Stimmt, stimmt auch widerscheinbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du ihn einfach betäubst und was reinlegst. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke auch, dass das eher ein Passiv-Thema ist, also der passiv getamt wird. Ich denke nicht, dass der betäubt wird und dann getamt wird. Das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Das stimmt. Irgendwas würde auf jeden Fall eine besondere Art werden. Hoffentlich. So, das nächste Thema ist, und das ist genauso vereinfachend, ist die Egg-Inkubator, du weißt, also die Ei-Brut-Maschine, glaube ich, zu Deutsch. Ja, ja, ja. Hammer. Ja, sie ist halt... Was ich halt schade finde, also erstmal vorweg kurz erklären, was das Ding kann. Das ist ein Gerät, wir wissen nicht, wie groß, wo man insgesamt zehn Eier reinlegen kann. Diese Eier werden da drin immer gebrütet, egal ob ihr ein Dodo-Ei reinlegt oder halt ein Wyvern-Ei, das egal, alle brüten da drin, also ihr braucht keine Klimaanlagen mehr. Das Gerät zeigt euch an, ob männlich, weiblich und angeblich sogar Farbzonen und auch die Werte. Und das Ei-Brüten dauert, also die Ei-Brühezeit wird verkürzt sogar, also Eier brüten noch schneller, als wenn man sie auf Klimaanlagen legt. Jetzt muss man ja sagen, das Ding nimmt den kompletten Putraum aus seiner Base. So komplett. Ja, da muss ich dann natürlich dazu sagen, ich, der mich wirklich sehr drückt vor dem ganzen Züchten und so weiter und so fort, finde das Teil cool. Ich liebe das Teil jetzt schon. Das wird mir sehr erleichtern und ich glaube auch, wenn das wirklich rauskommt, könnte ich mir vorstellen, dass meine Motivation zu züchten größer wird, bestimmt. Also ich sag mal so, ich weiß, was du meinst. Ich meine, ich bin zum Beispiel, ich züchte super gerne. Ich züchte gerne große Breedlines auf Max-Level und viel mit Farbmutationen und so. Und klar ist es jetzt geil, dass wenn ich zum Beispiel zehn Rex-Eier aufhebe und zum Beispiel unbedingt ein Männchen brauche mit den Werten, es reinlege und sehe, oh cool, Männchen, oh, hat sogar alle Werte übernommen und ich brüte nur das eine Ei aus. Dieser Überschuss von Dinos wegwerfen. Ähm, ich würde mir nur wünschen, dass zum Beispiel die Anzeige für die Werte nicht beim Reinlegen kommt, sondern mit der Zeit. Weißt du, so mal als Beispiel, wenn das Rex-Ei eine halbe Stunde zum Brüten bräuchte, dass die Werte erst in den letzten fünf Minuten eingeblendet werden. Weil sonst hast du ja diesen Bonus, weißt du, weil sonst würde mich, glaube ich, ein bisschen stören. Sonst tue ich, keine Ahnung, 50 Eier sammeln und lege eins rein, sehe, kacke, wieder raus. Neues rein, kacke, wieder raus. Weißt du, was ich meine? Das nimmt dir, finde ich, glaube ich, einfach die Dauer beim Züchten. Gerade als PvE-Spieler, überleg dir mal, du würdest immer auf dem ersten Blick sehen, dass das Ei gut ist. Und dann, wenn es einigermaßen gut läuft, hast du nach drei, vier Tagen, ich sag jetzt mal, mit dem Ei-Inkubator Brüten ungefähr die gleiche Zeit, wie du normalerweise wahrscheinlich zwei, drei Wochen brauchst. Und es ist zwar cool, dass es schnell geht, aber du willst ja auch manchmal Jahre auf einem Server spielen. Weißt du, was ich meine? Das ist halt, es könnte dir halt ein bisschen, es alles so krass beschleunigen, dass es einem zu schnell geht. Ja, klar. Vor allem, wie gesagt, ich wollte auch nachher wieder das Ding, was machst du dann noch? Genau. Welche Aufgaben hast du persönlich dann noch zu machen? Vor allem auf PvE, ne? Weil da ist ja an sich so gesehen der größte Aspekt, vor allem im Endgame, ist das eigentlich züchten, Farben reinbringen, Mutationen bekommen. Und wenn du jetzt so eben das alles vereinfachst dadurch, dass du zehn Eier machst, du packst die zehn Eier in den Inkubator und der zeigt dir sofort alles an, dann nimmst du sofort die raus, die du nicht willst und packst wieder neue rein. Genau. Wo bleibt dieser kleine Überraschungseffekt, sagen wir mal so? Genau, das ist halt so ein bisschen, also ich hoffe, dass es halt erst gegen Ende kommt. Weil es müsste ja auch so, also zwei Sachen auf jeden Fall, die wir jetzt nicht wissen, ist, Punkt eins ist, wie kommen die Eier rein? Also muss man sie reinlegen? Ich denke, dass man sie reinlegen kann. Auf dem Bild sieht man aber halt, wie gesagt, was wurde auch schon, auf dem Bild sieht man halt ein Insektenei und die kann man ja eigentlich nicht aufheben. Jetzt ist natürlich die Frage, kann das Ding auch automatisch aufsammeln? Weil das wäre halt richtig krass, weißt du? Oder kommt wirklich die Funktion, dass du Insektenei aufheben kannst. Das kann natürlich sein, das wäre mir sogar lieber. Dass die mitkommt, ne? Ja, weil sonst würde ich es fast überlegen, dann würde ich, keine Ahnung, lieber die Ei-Brutmaschine, zehn Rechse stellen auf Weibchen, alle einmal ein Ei legen lassen, legen sie alle einmal automatisch rein, sie alle Kacke werfen sie da raus, weißt du? Aber ich meine, so, ah, das wäre schon richtig krass. Ja, klar, das wäre vielleicht zu extrem. Und was mich auch interessieren würde, ist, das Ei kann da drinnen ja nicht schlüpfen. Glaube ich nicht, weil dann überlegt jemand, dann würden auf einmal zehn Dinos neben der Ei-Brutmaschine stehen. Wie sie das machen, ist dann zum Beispiel so, dass das Ei mit 0,01 Prozent Restzeit drin liegen bleibt, bis ich es raushole? Brauche ich dann aber Klimaanlagen, um es nochmal zu schlüpfen? Oder kann ich es einfach auf den Boden werfen und es schlüpft? Weißt du, da habe ich auch mal gefragt, wie sie das machen. Ja, das ist eine gute Frage, ja. Weil, wie gesagt, wenn du da zehn Gigas drin hast, die können nicht alle zehn in der kleinen Kammer groß werden, na klar. Das wird so ein bisschen, da bin ich mal gespannt. Ich meine, man muss dazu sagen, für PvP-Spieler ist das Ding okay. Sie haben, bei PvP willst du ja klein bauen, du willst Platzsparen bauen, da ist das Ding top. Überleg dir mal, kein Brutraum im PvP ist wahrscheinlich super gut. Und plus den Mewing dazu, dass auch noch die Dinos großgezogen werden. Für PvP ist es auf jeden Fall eine bestimmte geile Funktion. Ja, weil da ja alles auch schneller gehen muss. Da muss alles kompakt sein, schnell sein. Genau, ja. Nee, das stimmt, ja. Was man natürlich sagen muss, und das ist der Punkt, den wir auch gleich beim nächsten und letzten Punkt ansprechen, wie schaltet man ihn frei? Wenn man das Ding so fortbauen kann, finde ich es zu krass. Wenn man dafür zum Beispiel Bosse machen muss, dann ist es wieder eine Sache, weil dann musst du es dir ja verdienen. Und dann hast du irgendwo es dir auch verdient, es zu benutzen. Weißt du so, das ist halt, also ich hoffe, dass man es nicht direkt bauen kann. Das wäre mir so. Nee, das stimmt. Oder was es braucht, weißt du, vielleicht brauchst du einen Tech-Generator zum Funktionieren. Dann wäre es ja auch schon wieder fast okay, weil Tech, bis du das hast, dauert ja ein klein bisschen. Und nicht jeder Neuling kann sich einen Tech-Generator leisten. Alleine, weil du ja erstmal auf normalen Wege erstmal sein Kram über Bosse freischalten musst und der ganze Kram. Ja, das stimmt. Dann würde ich es fast wieder in Ordnung finden. Ja, das ist einfach, wie gesagt, dass das wirklich ein Endgame-Gegenstand wird. Dass es nicht sofort... Ja. Oder es muss irgendwo droppen oder so, dass es, keine Ahnung, irgendeine Mission auf Genesis 2 gibt, wo man am Ende als Belohnung die iPod-Maschine bekommt, weißt du? Mhm. Würde ich cooler finden. Ja, wie gesagt, auf Genesis 1 ist ja der, wie heißt er da, dieser komische Riesen-Aal da, der Boss da, der Moeda oder wie... Genau. Dass das dann wirklich auf Genesis 2 auch so ein Boss ist, den du wirklich besiegen musst, damit du dieses Anagramm freischalten kannst. Ja, das würde ich cool finden. Dann wäre es zumindest in Ordnung, auf jeden Fall. Ja, genau, genau, klar. Wie gesagt, also für mich ist das, wie gesagt, ich bin ja wirklich kein großer Züchter und so. Für mich ist das Teil wirklich cool. Also ich mag das jetzt schon, obwohl das noch gar nicht da ist und nichts davon weiß. Aber trotzdem mag ich es jetzt schon. Aber wie gesagt, ich bin auch dafür, dass du das wirklich im Endgame freischalten sollst. Dass du was dafür machen musst und dass du eben, wie gesagt, das Teil erspielen musst. Genau. Oder wie gesagt, die Kosten hochmachen. Lass es Element kosten, wenn sie es benutzt. Irgendwie sowas, dass man halt nicht sagen kann, hey, ich tue mal kurz auf Level 80 schwitzen und tue dann mal schnell so einen Einkubator bauen. Sondern so, okay, ich muss erst mal das Kram mit dem Einkubator freischalten. Ich muss den Tech-Replikator freischalten. Dann brauche ich Element und dann kann ich es benutzen. Ja, dass mehrere Sachen dranhängen. Ja. So, dann würde ich sagen, bevor es zu mega lang wird, gehen wir zum letzten Punkt, dem Exomech. Und hier haben wir das, was wir eben gerade schon mal, also was wir hoffen, was bei dem Einkubator passieren wird, ist ja hier so, hier steht, dass man das nur bekommen kann oder ihn nur bekommen kann, wenn man den ultimativen Test bestanden hat. Und ich würde jetzt mal ganz stark rauswerfen, und das ist, wenn du den Endboss auf der Karte besiegt hast, kannst du den Exomech bauen. Würde ich jetzt mal so doof behaupten, weil ultimativer Test klingt für mich ja eher nach einem Bossfight. Klar. Oder wie siehst du das? Nee, ne, ne, hundertprozentig. Also wie gesagt, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist sowieso bei Genesis 2 ist ja der Abschluss von Ark. Genau, ja. Dass da wirklich dann zum Schluss dann eben, wie gesagt, der ultimative Boss eben kommt und da kriegst du dann auch den ultimativen Mech. Weißt du, was ich mir geil vorstellen würde? Aber das passt nicht zu Ark, aber ich würde es mir so geil vorstellen. Der Endbosskampf ist ja irgendwo im Raumschiff, wie auch immer, gegen Rockwell. Und dass du im Kampf den Mech bekommst, um gegen ihn zu kämpfen, und dadurch haltest du ihn dir frei. Weißt du? So, das halt, das würde ich mir ganz gut vorstellen, weil Rockwell ja relativ groß sein würde, wahrscheinlich, mit Tentakeln. Und dass du halt in so einem riesigen Mech gegen ihn kämpfen könntest. Dann würdest du für dich geil finden. Überleg mal, mit fünf, sechs Leuten alle in so einem Mech. Oder, was ich mir jetzt auch vorstellen könnte, was ist, wenn auf Genesis 2, sagen wir mal jetzt als Beispiel, der Mech besteht aus drei Teilen. Mhm. Dass du drei verschiedene kleine Bosse machen musst, um ihn freizuschalten, um überhaupt den Hauptboss machen zu können. Das wäre natürlich auch eine Option, dass man im Endeffekt so ein bisschen den Mech besagt. Oder sagen wir mal so, vielleicht nicht für die Gamma-Variante, aber den Endboss von ähm, der Endboss wird es ja bestimmt wieder in drei Schwierigkeitsstufen geben. Zum Beispiel so was wie den Mega-Mech, den du ja brauchst, um den Alpha King Titan auf Extinction zu besiegen, also auf Alpha. Brauchst du den ja unbedingt. Dass man vielleicht sagt, okay, du brauchst den Mech, um halt wirklich Rockwell auf Schwert zu besiegen, als Beispiel. Das würde ich mir schon, ich meine, das Ding würde schon nicht schlecht sein. Die sagen, du kannst mit dem Ding auf jeden Fall kämpfen, klar, das Ding kann fliegen. Und was mich mal super interessiert ist, manage deine Base. Steht mit dem Ding. Was wird das Teil können, wenn das mal eine Base managen kann? Also dieser Satz, der wundert mich so ein bisschen, weißt du, was kann es? Kann es auf Dinge in meine Base zugreifen, ähm, wie zum Beispiel, du kennst ja, ich weiß nicht, ob du die, sie haben ja einige Sachen angekündigt gehabt, letztes Jahr in dem Livestream. Und da war ja zum Beispiel das Überwachungssystem, wo du dir den, und vielleicht kannst du sogar mit dem, mit dem Exomex, auf das Überwachungssystem zugreifen von unterwegs. Weißt du, so, du bist unterwegs und da bekommst du eben so im Bildschirm eine Meldung, hier Kamera 1 sind Gegner und dann kannst du, keine Ahnung, beispielsweise deinen Tech-Generator anmachen und die Geschütze gehen an, weißt du, so ein bisschen als Kommandozentrale, als mobile Kommandozentrale. Ja, genau, dass du aus der Ferne deine Base verteidigen kannst oder das Ganze ein bisschen managen so kannst, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Weil, ähm, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass du die in der Base da hinstellst und dann fängt der da an, die Base zu managen. Ja, dafür ist der viel zu protzig aufgebaut. Das sieht halt so nach Kämpfen aus, das Ding. Aber so, so hört sich das schon gut an mit der Base-Management. Das sieht wirklich aus, wie gesagt, du bist gerade, du gehst gerade auf Tour, willst ein Giga holen gehen oder so, da war einmal dein Base wird angegriffen, du kriegst eine Warnmeldung und du kannst sofort auf die Überwachungskameras zugreifen und das Ganze ein bisschen managen, ja. Überleg dir mal, vielleicht kann der sich sogar, ich will mal nicht sagen, ob er sich vielleicht transformieren kann, aber vielleicht kann er sich zusammenfalten, die, seine Form mit den Schultern könnte darauf schließen, dass er sich zusammenfalten kann. Überleg dir mal, du hast so zwei, drei stille Mechs in deiner Base und du kannst dann mit dem, wo du unterwegs bist und du merkst, du bist angegriffen, die Mechs aktivieren und die kämpfen eigenständig wie ein Dino. Weißt du? Weil die normalen Mechs, die man ja bauen kann, aktuell von Extinction, die können ja nur kämpfen, wenn du da bist. Ja. Aber wenn die auch ohne dich kämpfen könnten, dass du die so wie Dinos benutzen kannst, würd ich mich auch geil vorstellen. Ja, dass du so eine Art künstliche Intelligenz hast. Genau, genau, dass du vielleicht mit deinem Hauptmech die Welt auch steuern kannst, sodass du sagst, einen steuerst du und die anderen beiden folgen dir zum Beispiel so ein Kram. Ja, ich sag mal, irgendwas muss er können. Auf dem Bild siehst du links und rechts Explosionen. Du siehst aber nicht, dass er Waffen besitzt. Du siehst nur zwei Hände. Gut, was auf den Schultern oben drauf ist, sieht man nicht, weil die Schultern ja abgehackt oben sind. Das Bild zumindest. Also ist die Sache, die Frage ist, was er kann. Ich meine, man kann ganz skurril sagen, man kann die Waffen ausrüsten, wie beim normalen Mac. Vielleicht kann er sogar auf orbitale Sachen zugreifen, dass du was sagen kannst, keine Ahnung, du kannst Raketen, die, jetzt mal ganz fiktiv gesagt, wir sind hier auf einem riesigen Ring, riesiges Raumschiff. Vielleicht kann der Mac auf so eine Art Verteidigungssystem zugreifen, was einfach aus der Entfernung ballert, weißt du? Er weiß, vielleicht kommt noch so was wie Geschütze, die du in deine Base stellst, die auf Distanz schießen können, wenn du mit dem Mac vor dem Ziel stehst, sagst du das Ziel angreifen, dann ballern die die Geschütze im Himmel, fliegen Richtung der Base und gehen da runter. Weißt du? Das könnte auch mit Manage die Base gemeint sein vielleicht. Ja, klar. Auf jeden Fall ist der, wie gesagt, das was du bis jetzt gezeigt hast, lässt auf jeden Fall viele Fragen offen und macht ihn richtig interessant auch. Also macht den schon, ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt im Endgame sind, dass sich richtig freuen auf den und einfach einfach um ihn zu haben und zu wissen, was er kann. Ich sag mal so, ich bin, also um, sagen wir mal, als abschließendes Thema, ich sag jetzt mal, nicht um Genesis zu nehmen, sondern allgemein der Fortschritt in Ark. Ich bin bei dir eine Person, klar, ich mag Tech-Sachen, ich mag Neuerungen, ich mag auch die Sachen von Genesis 1 zum Beispiel. Ich persönlich spiele Ark aber eigentlich so, dass ich zum Beispiel Aberration mit den Aberration-Sachen spiele. Ich würde niemals mit dem Hoverskip auf Aberration gehen, weil das gehört da nicht hin. Ich würde auch mit keinen Max auf Ragnarok rumlaufen, weil die gehören meines Achens auch nicht dahin. Ich spiele für mich die Karten so, wie sie halt sind. Auf Extinction nutze ich Max, auf Genesis nutze ich das Hoverskip. Auf Aberration nutze ich die Aberration-Sachen, weißt du? Ich denke mal, und wenn jemanden das stört, dass es auf Genesis halt jetzt Max und sowas gibt, dann nutze ich halt einfach nicht. Weißt du, du bist ja nicht gezwungen, auf Ragnarok mit einem Exomec dann rumzulaufen, nur weil es andere machen. Ich meine, klar, im PvP muss man ein bisschen gucken, ob er halt wirklich so OP wird, dass man ihn braucht. Aber für die PvE-Spieler, spielt eure Karten doch so, wie ihr wollt. Zum Beispiel, ich tame auf der Island keine Tech-Dinos, weil ich finde einfach, dass die nicht zu der Karte passen. Ich denke mal, jeder hat dann so seinen eigenen Spielstil und man muss ja nicht unbedingt den Fortschritt nutzen, nur weil es ihn gibt. Achso? Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, vor allem im PvE, da geht das ja wirklich, da musst du ja wirklich die Sachen nicht benutzen, die du nicht willst benutzen. Da kannst du ja wirklich deinen Spielstil spielen, so wie du es willst, mit dem, was du willst. Wie gesagt, als Beispiel, wir haben bei uns den Hamburg Beat, der hat sehr wenig Tech in seiner Base. Ich wohne bei meinem Xbox-Ferber in einem Stein- und Holzhaus, weil ich es einfach cool finde. Du musst das nicht machen im PvE. Im PvE bist du nicht gezwungen, die Sachen zu nutzen, die da sind. Du nutzt die Sachen, die du willst nutzen. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas zu den drei Themen oder so allgemein? Nein, ich freue mich auf die Zuchthilfen. Darauf freue ich mich. Also, da würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, Leute, dass ihr jetzt Info habt, wie gesagt, das wird jetzt jede Woche ein Podcast auf Spotify kommen und halt auch der Arctalk ganz normal auf YouTube. Ich vermute mal, wir haben jetzt noch sechs Wochen bis Genesis und sie haben jetzt drei News rausgehauen, zwei, die man schon kannte und der Exomec, der neu ist. Ich glaube, da jede Woche ein Community Crunch kommt, wir werden jetzt bis zum Genesis Release, sage ich, vier von sechs Community Crunches wird Genesis News dabei sein, wo sie immer wieder neue Sachen vorstellen oder Sachen, die bereits angekündigt sind, und nur sie halt jetzt mit ein paar neuen Infos, genau, wie mit dem Mewing zum Beispiel. Weil ich glaube, so werden sie Stück für Stück die Community jetzt auf Genesis anheizen, dass sie Bock drauf haben, immer mehr Bock und dann, wie den Exo merkt man was Neues. Das soll noch ein bisschen geheimnisvoll sein, ne? Ja, ich sag mal so, haben sie, wir haben uns heute so viele Ideen überlegt über dem Mewing, im Endeffekt wissen wir natürlich nur, was er kann, aber nicht wie er es kann. Das wird auch geil werden für uns gerade, auch für den YouTube-Kanal, wir werden ja auch die ersten Tage mit allen neuen Sachen beschäftigen müssen, für Videos, da wird es auf jeden Fall interessant werden, wie Tame, wie die Dinger, wie den Eingubator komplett austesten, das wird auch viel, viel Arbeit werden, alles, ich freue mich schon ein bisschen drauf. Ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. Dann bedanke ich mich auch. Ja, dich hören wir öfter in den ganzen Guides und dann würde ich sagen, Leute, bis denn, ciao. Du kannst auch noch tschüss sagen, wenn du möchtest. Ja, tschüss, tschuldige, ich war gerade kurz abgelenkt. Tschuldige, tschuldige und danke fürs Zuschauen. Nivo, tschuldige. daFRTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHIT und